hallo und herzlich willkommen ihr assassiner draußen wir sind zurück in einer mauer die wenn irgendwie andere umgehen können ach weil hier bei stühle sind eventuell ist das der fehler wir haben hier ein attentat vollbracht uns hat niemand entdeckt wir operieren in einem geheimen bundel obwohl hier sind paar leute die ja naja den tod wollen von uns ja ich bezahle gerne in welcher form bitte wir müssen jetzt mal ein bisschen zu medizin kommen das wird hier sehr schön ach wie ich hab kein problem damit dass ich hier leute plünder hallo monsieur sie haben wohl kein problem dass ich hier rumlaufe das ist sehr schön und ich geh mal zur vordertür heraus ach du mit deiner evolution oh komm jetzt und wo ist der schlüssel ist da hier in einer leiche oder naja die haben irgend so ein problem aus einem versteck heraus mussten das gar nicht machen also ich bin auch so durchgekommen ist der dammschlüssel eben ganz oben das könnte auch noch sein da gehen wir noch gleich mal nein wir müssen zuerst müssen links und danach kann man wieder höher und höher gehen ja genau das schlüssel der ist oben zu finden und wie wir einfach eine an der norddam hochklettern wie viele von euch eventuell waren schon wirklich in paris eventuell sage ich ach da und das bringt mir und das bringt mir lieber herr wir sind wieder in der norddam aber wir müssen ja den schlüssel finden der norddam schlüssel erhalten und das war ja oben angezeigt oder bin ich da völlig weg vom fenster da wollte ich oben sozusagen fast bei dem herren da an dem wir vorbeigegangen sind bist du ganz behindert ach wir haben den norddam schlüssel erhalten ach so oder was wie wird das zeichen übrigens auch noch auf der karte wird das zeichen übrigens auch noch auf der karte liebe leute habe was entdeckt ich muss kurz pause drücken wir sehen uns dann gleich wieder so liebe leute da bin ich wieder zurück ich musste nur kurz was machen denn ich habe das aufnahmeprogramm neu gestartet und habt ihr gemerkt die videoqualität war dann nur auf hoch nicht auf sehr hoch also betraten technisch belohnung einen schlüssel schlüssel wo wirst du mit was zum verflästert ich bin hier geschaut das ist eine serverbereinigung abster usut am hier und sie sind nah dran verdammt kannst du eine serverbrücke öffnen hey ich bin's bin schon dabei ein paar sekunden novice wir öffnen eine serverbrücke finde das portal und gehe hindurch bevor du gefunden wirst ich hab's los siehst du es ist schwer zu übersehen wenn du von server zu server springst solltest du ein paar stunden zeit gewinnen okay sind wir erledigt naja wir nicht aber dein novice wird es voll abkriegen wirklich nicht nein und die frage ist wie soll ich hier durchgehen da ist es los ach von von der anderen Seite das Fenster der 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 scheiße nein kommt bitte 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 komm 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 mach schon und rein damit auf auf einen anderen server hier ist das blut freigeschalten und jetzt soll alles funktionieren mit 3 tatsächlich sind wir wieder auf 5 50 mbit pro sekunde genau vorhin waren es irgendwie 30 20 20 wieso auch immer tut mir leid sorry ich glaube das nicht mehr ach jetzt scheiße sorry wo wir jetzt rauskommen das ist die frage in einem anderen paris eventuell weil das server aber signal ist stabil gut du bist jetzt außerhalb der haupt simulation das hält dir absterbo eine weile vom hals aber du wirst auf jede menge unvollständigen und beschädigten program code stoßen zum beispiel dass wir das hub des ding jetzt nicht mehr haben karte nicht verfügbar weil wir auf einen unbekannten server sind natürlich naja und da haben sich die entwickler ein bisschen zeitgegen lassen haben sie gesagt okay da ist nichts naja so haben sich die entwickler war eventuell zeit gespart indem sie einfach gesagt haben okay das gehört zum spiel dass sie sich nicht programmieren müssen das kann gut sein und wir haben kein quest wir haben nichts nur das geile geile wasser effekt am boden hey das tut das ist geil das ist geil und der licht erweckt und alles aha wir haben licht das erklärt vermutlich warum die leute hier nicht wirklich hier sind okay hallo ich bin hier naja da ist so ist ein bisschen komisch und unheimlich sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert nun dieses Paris würde ich mir gerne ansehen vielleicht nächstes mal fürs erste musst du das Ausgangsportal finden aber ich sehe keinen Weg hindurch vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg Metro eine Metro finden keine Karte ach du scheiße auf jeden Fall ich weiß wo eine Metro ist denn die Bälle sieht sauberer aus als das Paris wäre scheiße das ganze Gebiet wird instabil komm zurück du musst unter die Erde jetzt Tempo oh oh ach da na okay ich dachte eine andere Metro aber der Ausgang der Metro also jetzt nope ist ja echt geil ist 19. Jahrhundert also vorher waren wir im Mittelalter nicht Mittelalter aber spätes 18. Jahrhundert oh 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 naja wohin gehts denn ach da rüber ok das ist echt geil plötzlich so eine Zeitwende ey das ist und wieder ach da runter jetzt ach da runter jetzt darüber kann sie auch nicht gehen Hä müssen wir wieder zurück oder was nur nach unten gehts ja auch nicht also Hä wenn du bist blöd oder blind eins von beiden könnte gut sein ähm die frage ist wirklich wohin ist sie sich ja an hier hoch oder bin ich jetzt Hä sorry Leute ich weiß grad nicht den Ausweg oder hier lang wir haben ja keine Karte nein wir sind beschissen wir sind beschissen wir sind wohin aha hier tut sich ja was auf ach schau mal das haben wir gar nicht hab ich gar nicht bemerkt sorry ich bin ein bisschen zu blöde aber das ding ist echt geil gemacht wirklich sorry das ist echt erste Sahne hier das gibt es im 17 Jahrhundert auch nicht spring mal rüber spring mal rüber au wieso zum gottes willen ausgaben 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 was naja durchs portal einkommen wieso ist das new york ich bin unbeziehungs naja na scheiß oh oh der Wind hat sich ein bisschen gelegt bin aber ein bisschen unbezweifelt aber das ist echt hammer hier der nach hoch wollte mich verarschen ich kann da nicht hoch ne da kann da nicht was ist los dammit wenn man diese dinger kommen dann dann gibt es probleme sieht aus als müsste es doch die freiheitsstatue sie muss aus einer anderen Emporte durchgesickert sein die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt da hat er wohl da hat sie wohl recht hab ich eben auch gefragt wieso denn das die will mich doch verkack eiern hier und wieso leckt das ganze ding so oder ist es nur ich hab ne fucking 79er da kann das nicht lenken ist ja geil Serverbrücke Serverbrücke Findesjägel Erinnerung abgeschlossen Also das ist das ganze geleckt da hab ich noch keine Ahnung woran es liegt ich hab mein Computer jetzt auf Vollgas Energie geschraubt er kann die 100% TPU äh Belastung benutzen GPU ist 79er das kann kein Problem sein also wo liegt das Problem und liebe Leute ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal haut rein Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööäööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö